Guten Tag meine Freunde, heute mal kein Go-Kart Video oder so, sondern heute zeige ich euch, was ich heute mal bekommen habe. Nämlich bekomme ich manchmal von der Schule so alte Zeug, weil ich mich sehr interessiere. Und ich interessiere mich nicht einfach so für so alte Zeug, sondern hier habe ich gerade einen guten Grund, warum ich mich sehr interessiere dafür. Wir haben hier so einen alten Projektor für so eine Deershow, für diese Bilder, wie man noch von früher kennt. Und ich dachte mir so, ja nun, was soll ich damit anfangen, das werde ich auseinander nehmen. Vielleicht teilnehmen, die ich brauchen kann, aber nein, das ist nicht der Fall, sondern der will ich behalten und das für immer. Und nicht ohne Grund einfach, sondern weil er eine richtig gute Funktion hat, richtig cool ist. Nämlich hat er hier viele Lüftungen, als Schlitze für Lüftung, hier hinten noch viel mehr, hier ist es halt offen alles praktisch. Und das hat auch einen guten Grund, nämlich den Grund werde ich euch jetzt zeigen. Wenn wir hier einschalten, sehen wir, der ist richtig hell. Also er glüht sogar noch, wenn man ihn hier sieht. Und jetzt werde ich ihn nochmal einschalten. Ihr seht das von oben. Und man sieht, wie es noch einfach glüht. Hinten dann. Die Glühbirne, die Glühbirne, die leuchtet einfach so hell, dass sie noch anfängt zu glühen. Wenn es überhaupt eine Glühbirne ist. Das kann ja eine andere Lampe sein, aber auf jeden Fall eine Lampe. Man sieht hier, überall leuchtet es. Fängt auch direkt an zu lüften und das nicht ohne Grund. Ich werde jetzt euch vor die Linse setzen. Seid ihr bereit? Richtig hell auf jeden Fall. Und jetzt werden wir es noch tausend testen. So, wir testen jetzt das hier. Man sieht hier, noch die Haftweib ist noch beleuchtet. Aber wir testen das jetzt hier. So, wir testen das hier. So, wir testen das hier. So, wir testen das hier.